Hallo, 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 weiter geht es mit Shakes and Fidget, willkommen dazu, ich bin der Lars und begrüße euch ganz herzlich mit einem unglaublich genialen, ja genau damit, nice, wunderbar, danke schon, ich habe gerade ein Echo gehört, okay, bei mir ist gerade ein Echo im Raum, warum auch immer, egal, habe ich irgendwelche Sachen rausgeräumt, nein, egal, so, es war 22, starten wir sehr verständlich und gestern hatte ich ja so einen Livestream gemacht, mitten in der Woche, am Mittwoch, und ich muss sagen, es war richtig, richtig krass, es haben wir richtig übertrieben viel, oh, wir haben heute ein Raid um 18.15 Uhr, 18.15 Uhr greifen wir, oh mein Gott, das ist der Raid 45 von 50, es sind ja nicht mehr viele und es war richtig cool, ich bedanke mich nochmal an alle Leute, die dabei waren, es war richtig klasse, richtig genial, ich habe so viel Spaß gehabt und wir haben ein Disconnect, egal, wir haben so viel Spaß gehabt oder beziehungsweise ich hatte so viel Spaß, es war richtig geil, wir haben viel Minecraft, wir haben viel Shakes and Fidget, ja gut, Shakes and Fidget, aber werden wir natürlich dann morgen, wir machen übrigens morgen ab 20 Uhr, denkt daran, auf twitch.tv slash zuschau99 der Freitags-Stream, jetzt sage ich so, der Freitags-Stream und am Freitags-Stream, ich muss jetzt gerade die Zeit überbrücken, ich kann noch Pause drücken, egal, da habe ich jetzt kein Internet mehr, das ist gerade total merkwürdig, denn ich bin im TS und so weiter noch überall drin, aber hier geht es gerade nicht, ich aktualisiere mal eben und drücke mal nicht auf Pause. Überall rausgeflogen? Nur hier, ist gerade nur Server 22 down? Oh mein Gott, okay, machen wir halt auf Server 23 so lange weiter, ja, es ist scheinbar nur Server 22 kaputt, das gibt es ja gar nicht, ist Server, hä? Ich bin gerade leicht verwirrt, einen kleinen Moment mal eben, ich bin gerade echt verwirrt. Okay, wenn wir wieder da, schon mal war echt nur Server 22 bei mir down, ich habe keine Ahnung warum, egal, und zwar wie gesagt nochmal, Livestream war richtig cool von euch, Dankeschön, die alle, die dabei waren und ich hoffe mal, das geht so weiter, ich werde jetzt nächste Woche mal versuchen durchzuziehen, Montags-Stream, Mittwochs-Stream und Freitags-Stream, das sind so drei Termine, die so feststehen, Montag dann ab 15 bis 18 Uhr, so 18, 19 Uhr, Rang 4 wieder, haha, und das Ganze dann Mittwochs auch und Freitags dann halt von 20 bis in die Pofen, in die Pofen, das sagt man ja so, ich lösche mal eben hier ein bisschen was, Genau, wunderbar, die ganzen Nachrichten, die Einladung validiert, Dankeschön an Tereska2012, I love you too much, too much, my friends, too much. Alu wird noch fleißig gezockt, ich gehe erstmal aufs Klöchen und schmeiße da geflickt mal was rein, und zwar, wie wäre es denn hiermit, einmal bitte draufklicken, Lars, Dankeschön, einfach reingeballert, die ganze Scheiße weg da mit Arena, gucken wir mal eben, hatten wir Arena-Kampf schon, egal, greifen wir mal den Kogan an, haben sogar verloren, ziemlich blöd, Rang 5 nur noch, skillen da mal, das war schon im Klo, natürlich waren die beiden Sachen im Klo, So, deswegen werden wir jetzt nochmal skillen, das ist die Ausdauerwoche, deswegen skippen wir Ausdauer, wisst Bescheid, ne, ihr wollt es so, ich werde eine Woche lang jetzt nur Ausdauer skillen, und mal gucken, was dabei rumkommt, Ich habe noch weitere Informationen, und zwar, zu einem neuen Projekt, was vielleicht bald starten wird, soll ich es jetzt schon sagen, oder nicht, ich glaube schon, oder, können wir schon mal ein bisschen ansprechen, Und zwar wird es ein neues Shakespeare-Projekt bald geben, und zwar, wird dort, ähm, ich hab's, eigentlich hab ich's ja vorgeschlagen, ne, das Projekt, doch, ich, ich bin halt der, der es, der es vorgeschlagen hat, Viele Leute unterstützen mich da, beziehungsweise unterstützen uns, wir sind ja eine Gemeinde, wir sind ein Volk, wir sind Deutschland, nein, sind natürlich auch andere Leute, Hallo Österreich, hallo Schweiz, hallo Polen, hallo Türken, wo ihr auch immer herkommt, ich habe keine Ahnung, wer gerade alles zuschaut, woher auch immer, Aber hier, Server gestartet gerade eben, 13.03, äh, der war down, der war 13.23, ja, er war scheinbar tot, Server restart, das gibt's da gar nicht, Lil Jon schaffen wir nicht, deswegen geht es weiter aus, Server 23, und ja, wie gesagt, ähm, neues Projekt, und das Projekt, was ist denn hier heute los, jetzt geht's hier nicht weiter, oder was? Jetzt ist, äh, jetzt ist hier down, oder was? Wären gerade alle Server komplett einmal neu gestartet, oder was? Äh, scheinbar schon, jetzt Server, erst Server 22, jetzt Server 23, okay, dann Server 24, Dann sind bald alle Server tot, ich glaube, ich sehe es schon, alle Server werden sterben, ist mir auch die so richtig aufgefallen, Wären immer um diese Uhrzeit die Server neu gestartet, um 13.26, beziehungsweise um 13.00 Uhr fängt das da an, ich bin leicht, ey, gerade echt leicht verwirrt, Jetzt ist Server 23 wieder da, oder ist mein Internet gerade abgefuckt, das kann natürlich auch sein, aber ich, ich bin halt überall noch drin, scheinbar, egal, Jetzt sind wir auf Server 23, joa, okay, jetzt steht hier bei Gilde, auch Server gerade eben gestartet, 13.26, es werden scheinbar gerade alle Server neu gestartet, Das ist natürlich sehr, sehr merkwürdig, erst mal so noch nicht vorher aufgefallen, vielleicht passiert es ja immer auch bloß, ich bekomme es nicht mit, Naja, das kann auch erstmal, äh, weg, ja, das kann weg, warfen, Zauberladen, Zauberladen, hier was drin, nein, und, ähm, in der Gilde, Gerade gemeldet, die Post, okay, Let's Play, schreibt jemand, Hi there, Let's Plays, Bombe, Vollkanone, kannst du mal meinen Schar bewerten, ich spiele noch nicht lange, Ich hoffe, du haust ein Nice für mich raus, natürlich, Nice, wir schauen mal eben bei dir vorbei, was geht hier so ab, du bist nicht mal Stufe 50, von daher werde ich dich leider nicht bewerten, Unterstufe 50 bewerte ich nicht, deswegen tut es mir leid, komm schon bitte zwei, mein letzter Beitrag hast du auch nicht gelesen, versuch es wieder, kannst du meinen Schar bewerten, NSA bin am pushen, und wenn ich meine Gitarre drin habe, ist das für die Ehrenhalle, bin da übrigens gut dabei, Gruß, der Schelltera, Schelltera, sehr schöne Name, 145 bist du am Start, Sammelalbum mit 60%, oh mein Gott, du bist Stufe 145, hast du so ein Sammelalbum, ja, kein Wunder, dass du pushen musst, 300 Alu sogar, du spielst aktiv 300 Alu mit 60% Sammelalbum, eui, 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 ich verstehe diese Welt nicht mehr, itemmäßig, schauen wir mal eben hier, der Hut ist schon ein bisschen älter, ja, und die Gitarre hat eine komische Spanne, wie gesagt, sagst du ja, für die Ehrenhalle ist es ziemlich gut, konstanter Damage, ich würde sagen, bitte versuche doch mal dein Hütchen auszutauschen und so langsam, aber sicher, der Rest ist noch okay, Sammelalbum ist ja wohl Grottenscheiße, nein, ist okay, push es halt, mein Freund, push es, dann wird es auf jeden Fall nicht, not nice, skillmäßig hier, Intelligenz 1098, ja, ein bisschen mehr Ausdruck, kannst du wohl skillen, das ist sonst in Ordnung, ich lösche dich mal, äh, Update, oder wie ist Update, gerade aufgespielt, das neue? Moin, auf Welt 1 wurde vorhin Spielversion 8.1. 530 aufgespielt, in diesem wurden ein paar Streitfragen über die, über das Hexen-Update korrigiert und ein paar weitere Änderungen an Feature, die sich im Nachhinein als nicht ganz ideal funktionierend herausgestellt durchgeführt. Das Challenge-Log, äh, das Change-Log, Entschuldigung, das Challenge-Log, das Change-Log, äh, liest sich daher wie folgt, Zauberrollen Gold und Erfahrung geben nun 10% Bonus, Zauberrollen sind nun nur noch bei der Hexe kaufbar, Zauberrollen sind nur noch, Moment mal, ist das Update gerade aufgespielt worden? Vielleicht deswegen der Neustart? Ich schau mal grad eben, das ist ja grad echt merkwürdig hier, Äh, kann ich die jetzt hier kaufen irgendwie? Nein. Ich schau mal grad im Forum nach, Moment mal eben, ich klicke mal drauf, ihr könnt ruhig mitkommen, ich hab keinen Bock zu pausieren, Update Version 530, wurde auf Welt 1, äh, hier, was steht denn hier? Wann ist denn das hier? Beitrag registriert, wo ist denn das Datum hier, wann das gepostet? Heute 12.42 Uhr, genau. Update wird nun auf, äh, alle anderen Server aufgespielt. Ist jetzt auf Server 22 vielleicht drauf und ich musste halt auf Server 23 noch aktualisieren. Server 22, ah, hier. Jetzt hier ist was anderes, Moment, aktualisieren. Deswegen werden alle Server neu gestartet. Wurde Server 24, oh, Server 24 hab ich grad ausgeloggt, warum auch immer, vielleicht wird da grad auch neu gestartet der Server. Ich bin mit im, im, im Change-Log drin, das gibt's ja gar nicht. Kann ich mir jetzt einfach hier, vielleicht selber einen Ring, hab ich noch nicht. Kann ich den einfach rauskaufen hier, oder wie? Oh, ich klicke einfach drauf. Dann hab ich sie instant. Jetzt sind meine anderen Verzauberungen weg. Äh, äh, kostet das noch was? Hä? Okay. Jetzt wieder weg. Ich drück einfach drauf und hab alle Verzauberungen. Wie, ich muss dafür auch nichts mehr bezahlen? Ich, ich bin grad total verwirrt. Ich bin total verwirrt. Äh, äh, ich lese nochmal vor. Hier, äh, Zauberungen sind nur erkennbar aktiv oder inaktiv. Item-Slots der jeweiligen Zauberrollen werden nun, äh, gehighlighted. Okay, die Aura-Eink-Boost durch die Hexe gilt nun für alle zu beziehenden Items. Ihr könnt's ja nochmal hier vorlesen, da war eine schöne Nachricht, wie gesagt. Da können jetzt alle mitlesen. Wo war's jetzt auf Server 23? Jetzt sind wir schon wieder rausgeflogen. Es ist grad total verwirrend hier alles. Hier steht's doch. Ähm, Zauberungen sind nur bei Hexe kaufbar. Aktiv, inaktiv. Item-Slots jeweils gehighlighted. Hier, äh, die Aura-Inklusive Boost durch die Hexe gilt nun für alle zu beziehenden Items, Läden, WC, Dungeons, etc. Maximallevel der Aura liegt nun bei 66. Danach kann man weitere Items für Mana spenden und spülen, um Epix zu erhalten. MFG-Beamer hat das Ganze hier jetzt geschrieben. Moment mal, ich bin gerade hier. Jetzt gehen wir mal aufs Klo. Was ist denn jetzt hier auf dem Klo am Start? Hier sehe ich kein Update. Aber ich habe jetzt die Verzauberung drauf, wie man sieht. Äh, Moment mal eben. Okay, das passt auch. Ich habe hier gerade mal mein No-Script, habe ich ja drin, ob da irgendwie was blockiert wird. Nein. Das heißt, ich sehe jetzt, ich aktualise nochmal auf Server 22. Ich will jetzt echt mal wissen, was hier abgeht. Denn wir sind ja mitten hier drin in den Updates. Ich habe es mir auf Server 1 noch nicht angeschaut, deswegen mache ich das jetzt mal hier. Entschuldigung. Also ich habe jetzt, Verzauberung, das passt. Wenn ich draufklicke, ist es noch kostenlos scheinbar, kann ich jetzt verzaubern. Blub, blub, blub. Jetzt habe ich alles verzaubert kostenlos. Das ist ja richtig episch. Richtig krass eigentlich. Talisman. Dann, das ist ja, warum kostet das nichts mehr? Und im Zauberladen gibt es das nicht mehr. Das heißt, beim Epik-Event hat man wieder die... Das ist ziemlich geil. Das heißt, beim Epik-Event kann man wieder richtig durchblättern hier. Im Zauberladen... Ähm, 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 ähm... Doch, im Zauberladen. Richtig gut. Gefällt mir. Gefällt mir ziemlich gut. Gehen wir noch auf Server 23. Haben wir jetzt hier auch das Update. Ich aktualisiere nochmal hier. War jetzt wieder gerade aufgespielt, meine jungen Leute. Wir müssen nicht mehr blättern. Wir gehen jetzt einfach hier rein. So, Zauberladen. Ab zur... Oh, da war auch gerade ein Bug. Ab zur Hexe hier ins Buch drauf geballert. Bumm. 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 Amulett. Bumm. Alles verzaubert. Kein Problem für den Babbo namens Lars. Alles ohne Probleme. Wir skillen Ausdauer. Und ich habe noch eine Schriftrolle hier. Voll oldschool, Mann. Voll oldschool. Die behalte ich jetzt für immer. Dann sage ich, oh, ich war schon immer dabei. Seit dem Tag, seitdem es diese wunderbare Schriftrolle gibt. Sehr schön. Gilde. 13.26 habe ich schon vorgelesen. Wurde eben gerade gestartet. Und wir gehen nochmal in den Dungeon. Und werden auf Server 23 Martin Lostick. in den kleinen Schneemann versuchen. Hallo Schneemann. Darf ich dich einmal angreifen, bitte? Und dürfte ich dich mal so langsam besiegen? Habe ich meinen Begleiter überall geskillt? Ich musste die Info skillen. Boah Lars, bist du ein Vollidiot. Das ist auf jeden Fall ein richtig dickes... Mh... Na, nice. Lars, du bist so ein Vollidiot. Das gibt es gar nicht. Server 2 UK. Gibt es hier auch das Update schon? Ich schaue mal eben. Zauberladen. Oh, hier ist das noch drin. Seht ihr? Hier ist noch kein Update. Hier ist noch keins. Ich kann nicht draufklicken. Schade. Also, die Schriftrolle. Ein Gürtel extra brauche ich doch gar nicht kaufen, Leute. Später ist es doch eh aufgespielt, dieses Update. Und ich wollte noch zum neuen Projekt kommen. Und zwar das neue Projekt, ähm... Bedeutet... 444. Oh. Das bedeutet, ähm... Wir werden auf... Mit sehr vielen YouTubern... Ein... Auf... Also, es haben schon sehr viele zugesagt. Auf einen ausländischen Server losrocken. Und werden dort von Tag 1, wenn er startet, sofort loslegen und 300 Alu spielen. Ein Server wie zum Beispiel dieser hier. Wo mal, wenn man Alu klickt, also ich bin übrigens gerade auf Server 2, UK, United Kingdom. Wenn ich jetzt hier einfach klicke, zum Beispiel die hier annehme, kann ich hier immer überspringen. Das bedeutet, das ist richtig krass. Wir können immer Happy Hour spielen. So einen Server möchten wir gerne haben. Dort dran, hallo Hardcore, Pilzen und alles wegklatschen. Und von Tag 1 bis Tag ever einfach mal alles anführen. Das wird richtig krass und ich freue mich drauf. Wie gesagt, auch dadurch, dass sehr viele YouTuber zugesagt haben. Ich glaube, wer kommt alles? Ich weiß gar nicht, Han Rizzle, der guckt meine Videos, das weiß ich. Hallo Han Rizzle, bist du auch am Start? Ich kann es noch nicht sagen. Er hat noch nicht zugesagt, soweit ich weiß. Tera ist am Start. Soul Freeze macht, glaube ich, mit. Und noch andere Leute, Altbekannte. Ich will auf jeden Fall mal Spieletrend fragen, ob er mir überhaupt noch antwortet. Ich weiß es nicht. Bei Skype, er hat mich ja irgendwann mal angeschrieben. Ich schreibe mir einfach mal an, Spieletrend, ob er mir antwortet. Mal schauen. Ich schreibe mir auch mal Dreamscape an. Der wird sich bestimmt wundern, wenn ich ihn mal anschreibe. Ob er das überhaupt sieht, ob er es direkt löscht oder ob er antwortet. Ich bin gespannt, denn mit Dreamscape wäre es auch ziemlich cool. Ich versuche einfach alle größeren Shakespeare-Lesplayer mit reinzubekommen ins Boot. Und dann werden wir eine Gilde, alles, alle zusammen eine Gilde, eine deutsche Gilde, beziehungsweise eine deutschsprachige Gilde. Und dann werden wir halt dort alles vernichten. Das wird sehr, sehr lustig auf euren ausländischen Server. Server, der hoffentlich da mit Server 31 zusammen starten wird. So, ins Klo schmeiße ich das einfach mal. Reingeballert. Und hier werden wir dann einmal im Zirkus vorbeigucken. Und den schaffen wir nicht. Dann gehen wir halt weiter. Auf Server 24 ist hier gerade auch eben erst gestartet. Das Ganze. Ja, um 13.27 Uhr. Okay. Wir können quasi jetzt in der Reihe gehen. So wie wir auch unser ganz normales Let's Play machen. In der Reihe werden auch die Server gestartet. Sehr, sehr schön. Das heißt, ich kann mir jetzt alle Verzauberungen hier kostenlos einfach mal holen. Sehr schön. Oh, ein Trank des ewigen Lebens. Wir schauen gleich mal eben. Eben aufs Buch geklickt. Hier. Bumm. Und Bumm. Und, ne, geht auch gar nicht. Ich muss noch mal aktualisieren. Deswegen. Ich hab schon alles vorher geladen. Nochmal aktualisieren. Zauberladen. Buch. Und kaufen. Und kaufen. Und kaufen. Was bedeutet das? Ist das einfach schon aktiv? Nein. Einfach auch noch nehmen. Alles verzaubert. Unheiliges, äh, unheilige Sammelwut. 10% Chance, Gegenstände zu finden. Wunderbar. Es ist so episch. 10% mehr Gold pro Abenteuer. Richtig krass. 10% mehr Gold. Und wir haben allen Scheiß. Kampfgold. 20% mehr. Ja, und was haben wir noch verzaubert? Den Kopf. 10% Erfahrung. 10% Erfahrung pro Abenteuer. Ja, die Verzauberung reißt auf jeden Fall was. Das macht richtig Spaß. Und ich bin mal gespannt. Das ist ziemlich cool. Jetzt denken wir uns, oh, wir haben einen neuen Ring. Den kaufen wir uns. Und wenn wir jetzt updaten möchten, hier, gehen wir einfach wieder auf das Zauberbuch. Suchen uns den Ring. Bumm. Ist sogar hier gehighlighted, wie es auch steht. Und fertig. Wunderbar. Das ist doch ultimativ super sexy. Ja, und das Projekt, wie gesagt, das wird bald starten. Und dazu werde ich wohl auch dann immer ein Video machen. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice. Ja, das wird sehr, sehr episch. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran an so einem Projekt. Schreibt doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und gerade quietscht mein Stuhl. Ziemlich krass. Es tut mir leid. Ich kann heute hier spülen, nö. Oder? Nö, kann ich nicht. Das ist ein bisschen blöd. Das kann weg. Gehen wir kurz auf unseren Charakter und Skillen Ausdauer. Und versuchen mal eben unseren Stuhl hinzubekommen. So, jetzt ist der Stuhl auf jeden Fall nicht mehr am quietschen. Und nochmal eben schnell den hier verlängern, weil der bald ausläuft. 21 Tage ist okay. Arena-Kampf gegen den Kollegen hier. Na ja, da verloren ist ein bisschen blöd. Dann gehen wir weiter auf Server 27. Hier wurde ich auch ausgelockt. Schauen wir mal wegen Update. Wie gesagt, ich aktualisiere einmal. Und ich wurde überall gehackt. Das kann auch sein. Dann in den Zauberladen. Und dann hier draufklicken. Und dann aktivieren wir allen Scheiß. Wunderbärchen. Es ist so episch, dass man einfach draufklickt und jetzt alles bekommt. Einfach nur ziemlich genial. 360 haben wir hier. Update. Nehmen wir Bruno. Bruno, der Schlaumeier. Der Schlaumeiers. Okay. Der alte Bruno ist wieder am Start. Ich liebe Bruno. Ach, Bruno ist so ein netter, kleiner Schlingel. Sonst haben wir hier nichts brauchbares. Das heißt, Taverne einmal klicken. Hallo, Feuerbach, Silas, du gibst mir den Pilz. Dankeschön. Dann gehen wir hier aufs Klo. Schmeißen natürlich was rein. Blubbeldi, blubbeldi, blub. Das kann weg. Und in der Post blinkt es. Ich werde heute nicht ganz so viel Post machen. Deswegen morgen wieder viel mehr. Dann werden wir morgen streamen. Dann kann ich XXL. Es kann sein, dass morgen wieder eine XXL-Folge kommt. Also nicht morgen, sondern übermorgen. Dann, wenn ich Freitag aufnehme. Äh, Aufnahme. Wenn ich Freitag aufnehme. Wenn ich Freitag aufnehme im Livestream. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr episch. Und sehr, sehr, sehr nice. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Hi, hi, hi. Dann werden wir nochmal einen Arena-Kampf machen hier. Gegen den Level Up. Natürlich gewonnen gegen den Level Up. Ab in den Dungeon. Hier den Panther einmal versuchen. Habe ich alle Tränke? Moment. Nein, ich brauche ihn gar nicht so versuchen. Einfach nur Pilzverschwendung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und zwar zwei SK. Hier gibt es auch noch kein Update. Ich bin Stufe 91. Aber es gibt noch kein Update. Nicht mehr viele Spiegelteile. Dann ist es wunderbar. Und wir können das Ganze benutzen. Und ob ich jetzt hier weiter 300 Alu spiele, weiß ich noch nicht. Wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Ihr habt ja, ich meine, die meisten wollen natürlich, dass ich 300 Alu weiter spiele. Aber die Frage ist halt, wenn ein neues Server startet und ich ihm bei dem Projekt da mitmache, ob ich dann dazu noch Lust, Zeit, Geld, was soll ich sagen? Nein, keine Ahnung, ob ich das noch mache, weiß ich nicht. Denn 100 Alu hier ist auch gar nicht mal so schlecht. Aber ich denke mal, ich werde bald wieder Pilze aufladen. Dann läuft sie wieder und dann geht sie ein bisschen voran. Ich muss unbedingt das Sammelalbum pushen. Ich sage die ganze Zeit wie so ein Hochheiliger, ihr müsst das Sammelalbum pushen. Ihr seid so ultimativ scheiße und ich laufe hier selber mit 68% rum. Oh nein! Bitte flate mich nicht. Flate mich nicht so hart. Ausdauerwoche. Hier auch. Arena-Kampf gegen Scooby-Doo-Bee-Doo. Wir haben gegen Scooby-Doo-Bee-Doo verloren. Schade im Dungeon. Machen wir einen Try mal eben gegen den Drachen hier. Wunderbar umgeklatscht. Das läuft. Das kann weg. Das kann weg. Und wir machen dann hier weiter mit der Alu. Und wir gehen auf Server 28. Hier wurde ich auch ausgeloggt. Einmal aktualisieren. Wegen Update. Wird man immer ausgeloggt, wenn ein Update drauf ist. Wusste ich gar nicht. So. Der böse Bandit wurde soeben besiegt. Wunderbar. Hier ist ein Geschicksstab, den wir nicht brauchen. Dann erstmal im Zauberladen nachschauen, ob wir hier neue brauchbare Sachen finden. Wir sind eine Magia. 332. Jetzt habe ich auch nicht mehr das Problem, ob ich mich jetzt entscheiden soll. Nehme ich das? Oder nehme ich mich nicht wegen Verzauberung und so weiter? Weil jetzt habe ich ja durchgehend die Möglichkeit, alle Verzauberungen mir kostenlos zu kaufen. Oder verliegt man da Gold? Ich habe es bislang noch nicht gesehen. Es sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Und jetzt haben wir mal durchgeschaut. Hier sehr, sehr viele Waffen. Hier ist nichts Brauchbares. Von daher können wir jetzt in den Zauberladen gehen. Draufklicken. Das Aktivieren hier. Boom. Und ich habe die ganze Zeit nach geblättert. Und zwar, ich habe hier 50% mehr Pilz-Chance. Ich habe so lange da drauf geblättert. Oh mein Gott. Das epischste 50%. Wir haben 50% Chance mehr Pilze zu bekommen pro 100 Alu. Das ist so unglaublich gut. Das ist sowas von fucking gut auf jeden Server. Und auf den 100 Alu-Servern ist das richtig kranke Scheiße. Boah, ich liebe diese Verzauberung. Wie geil ist das denn bitte? Richtig episch. So, es fehlt uns der Glückstrank. Einmal blättern. Da ist einer auch wunderbar, der neben mir. Den neben mir dankend an. Wunderbärchen. Das kaufen wir auch mal eben raus. Da kommt sogar ein großer. Yes, 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 yes. Sehr, sehr schön. Sonst hier was mit Intelligenz? 325. Nein, nein. War ich auf dem Klo? War ich schon kacken? Ja, ich war schon kacken. Das kann weg. Das kann weg. 1009. Das ist geschickt. Das kann auch weg. Dann schauen wir mal eben noch auf unseren Charakter. Skill in Ausdauer. Sehr schön. Gehen auf die Post. Die blinkt auch. Char bewerten gleich. Nice. Magische Nachricht. Magische Nachricht. Du vergisst immer diese Nachricht zu lesen. Ich frage schon seit einem Monat. Deine Videos sind sehr nice. Kannst du meinen Char bewerten? Natürlich. Okay. Mr. Dreamworks. Du hast ein Sammelalbum von 56%. Nicht ganz so gut. Tränke ist okay. Sammelalbum ist okay. Und fangen wir an mit deinen Items. Ja. Okay. Sind ein paar ältere Epics. Aber das ist noch alles im grünen Bereich. Obwohl. Hm. Ja. Ich weiß. Doch. Es geht noch. Skillmäßig. Magier. 553. 480. Ja. Ein bisschen viel Glückeskill. Ein bisschen mehr Ausdauer noch skillen. Denn du hast ja locker deine 25%. Ein bisschen mehr Ausdauer. Sammelalbum. Auf jeden Fall so unglaublich viel pushen. Push ist einfach nur. Push it to the limit. Sonst ist gut. Und ein bisschen mehr Ausdauerskillen. Sonst wie gesagt ist alles wunderbar. Mein junger Freund. Wir gehen nochmal auf Dungeon. Ich lösche mal eben Nachricht von ihm. Sonst vergesse ich das. Zum Raid ausgerufen. Okay. Dann gehen wir in den Dungeon. Versuchen nochmal den finsteren Reiter zu besiegen. Der ist ja fast gefallen. Der alte Drecksack. Oder? Ja. Der kann auf jeden Fall fallen. Ach. Wir haben jetzt 50% mehr Chance auf Pilze. Von daher. Haben wir halt später genug Pilze. Ich denke nochmal. Haben wir 12 Milliarden Trice. So. Dann haben wir alle Server durch. Und weiter geht es mit euren wunderbaren Bildern. Ich habe mal wieder ein paar wunderbare Bilder rausgesucht. Fangen wir an mit den. Oh. Ziemlich schwerer Name zum Anfang. Der Allatrion. Allatrion Z hat dieses Bild hier gepostet. Und zwar hat er hier gekämpft gegen den unglaublich genialen Nachtghoul. Hat leider verloren. Und er hat mit 10 HP überlebt. Ja. Das war ziemlich knapp. Ja. Da muss ich wohl das ganze Server 1 sogar. Nicht schlecht her sprechen. Aber da musst du leider noch mehr heran. Weiter geht es mit dem Daniel S. Und der Daniel S. Hat dies hier gepostet. Wie er mit dem Handy gegen ein Gespenst kämpft. Stufe 233. Er ist auch Stufe 233. Und er hat wie gesagt verloren. Und er hat nicht. Moment mal. Wir müssen mal eben gerade schauen. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Ist ja logisch. Er hat gewonnen. Aber er hat 0 Damage bekommen. Es ist ein Geschick. Er ist Geschick. Moment mal. Er ist Kundi. Er ist Magier. Und alles ausgewichen. Er hat Magier Hits ausgewichen. Okay. Scheinbar hast du alles ausgewichen. Von dem wunderbaren Gespenst. War sein Intelligenzgegner. Ist nicht schlecht her sprechen. Das gefällt mir. Du hast noch 100%. Das ist ziemlich gut. Dann geht es weiter mit dem Dennis D. Der Dennis D hat dieses große Bild hier geschickt. Moment. Halbe Größe. Und zwar hat er hier. Wie man sieht. Zweimal den Dennis Schlüssel bekommen. Im Zauberland. Glückwunsch dazu. Jetzt kannst du ihn einmal quasi benutzen. Und dann nochmal verkaufen. Oder gibt er auch wieder Gold. Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe ihn bislang noch nicht zweimal gekauft. Weil es gar nicht mal so sinnvoll ist. Dann der Hannes. Der Hannes. Nein der Hans. Entschuldigung. Der Hans Z hat diese gepostet. Wie er genau Stufe. Oder genau Rang 3000 ist. Ja. Läuft doch bei dir. Läuft. Weiter geht es mit dem Jan Hart. Der Jan Hart. Hat dieses Bild hier gepostet. Upsalala. Verschiebe ich das schon. Der hat dieses hier. Ich mache ein bisschen größer. Doppelte größer. Und zwar hat er hier gekämpft. In der Arena gegen den Laien Ghost. Er Stufe 72 gegen Stufe 74. Und er hat genau einfach mal alles ausgewichen. Stärke Gegner. Kundi. Da sieht man wieder 50% ausweichen. Einfach nur OP. Das ist halt normal. Er hat 25% blocken. 50% ausweichen. Er hat gewonnen. Natürlich der Kundi. Er hat nicht mal einen verdammten Hit abbekommen. War mal richtig coole Sache. Dann der Julius W. Hat ein wunderbares Bild gepostet. Und zwar wie er gegen den Alien hier gekämpft hat. Und er hat verloren. Und hat genau 0 Damage gemacht. Doch hat ein bisschen gemacht hier. Wie man sieht. Aber nicht ganz so viel. Da sieht man. Er hat auf jeden Fall noch ein bisschen HP. Der Alien hat dich auf jeden Fall vernichtet. Julius. Da musst du auf jeden Fall nochmal ran. Denn das war auf jeden Fall eine sehr große Blamage. Könnte vielleicht daran liegen. Dass du nur ein halbes Ohr hast. Wurde vielleicht von irgendjemandem abgebissen. Das kann natürlich passiert sein. Das kann passiert sein. Der Maika hat ein weiteres Bild gepostet. Und zwar dieses hier. Wo ihr einfach mal als Krieger. Eine Kundiwaffe. Ein Lars. Deutsch. Schwierige Sprache. Eine Kundiwaffe anhat. Und kein Mount. Naja. Ich glaube das Ganze bearbeitet ist. Weiß ich nicht. Mit Photoshop oder so. Oder ist ein Bug. Auf jeden Fall. Habe ich bislang noch nicht gesehen. Dass jemand mit einer Kundiwaffe rumgelaufen ist. Aber hier geht es scheinbar. Das ist aber ziemlich OP oder nicht. Bogen plus Schild. Richtig kranke Sache. Aber wie wenn wir dann ein Schild tragen. Und dabei noch mit dem Bogen schießen. In der Hand. Das ist natürlich sehr sehr komisch. Ein Einhandbogen. Äh ja. Ein Handbogen. Das hört sich ziemlich komisch an. Ist es auch. Man muss ja beide Hände benutzen. Um den Bogen zu spannen. Beziehungsweise zu benutzen. Dann haben wir ein Bild von Noah P. Er hat diese gepostet. Wie er versucht hat. Gegen einen 150er Dungeon Gegner zu kämpfen. Leider hat es nicht geschafft. Und er hat mit 23.691 HP überlebt. Bei Stufe 150 ist das ziemlich wenig. Und ich würde mal sagen. Ja. Du kannst dein Handy vom Ladegerät wegnehmen. Ja. Du kannst das Ganze nochmal versuchen. Mein junger Freund. Dann haben wir diesen wunderbaren Kollegen hier. Das ist der Tim B. Er hat das hier gepostet. Er ist normalerweise Kundi. Und wie man sieht. Er hat auf jeden Fall ein paar lustige Items an. Kriegerwaffe. Intelligenz hier. Teil. Und hier wieder was kriegermäßig. Da passt auf jeden Fall was nicht bei dir. Da passt etwas nicht. Wie man sieht. Du hast Kriegersachen. Und kannst nicht mal ein Schild tragen. Oder das ist der. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Das ist ziemlich buggy. Das kann natürlich auch bearbeitet sein. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall. Das waren eure Bilder. Wieder wunderbare Bilder. Die eingeschickt wurden. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Und wenn ihr auch Bilder schicken wollt. Dann über Facebook. Facebook.com Slash Zuschauer99 Bitte per private Nachricht. Und das Bild direkt in die Nachricht hinein. Ich bin zur Zeit beim 1. Januar. Ich bin 2014 angekommen. Endlich mit den Bildern. Und weil ich jetzt ein paar mehr nehme. Und wie gesagt. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Mir freuen wir, wenn ihr dieses Video hier bewertet. Kommentiert. Weiterleitet. Bis zum nächsten Mal. Und denkt daran. Ihr seid wie immer auf jeden Fall. Nice. Tschüss.